Ja und dann auch immer wieder mal schön auf eine Entdeckungsreise gehen, so ein bisschen UFO fahren, mit Astronauten abhängigen, telefonieren, so ein bisschen hören, was los ist in diesem Weltgeschehen, ja, und immer wieder ein bisschen überlegen, hören, so ein bisschen Gedanken machen, und dann auch mal ein bisschen Urlaub und so ein bisschen Hotels gucken, so ein bisschen, ja, und sehr schöne Sachen, alles da, und dann, ja, bis dann, du Walli. Vielen Dank.